Die Vorstellung, dass die DNA unser Leben kontrolliert, ist inkorrekt. Die Wissenschaft suchte nach der physikalischen Grundlage der Evolution, um einen Einblick in die Mechanismen, die das Leben kontrollieren, zu gewinnen. Jeder Genbauplan kann über 3000 verschiedene Versionen von Proteinen hervorbringen. Das bedeutet, dass wir zurückgehen und unsere Gene verändern können. Plötzlich sind wir nicht mehr die Ausprägung unserer Gene. Wir sind Beherrscher unserer genetischen Eigenschaften. Ich bin euer Moderator Bruce Lipton. Als Pionier der Stammzellforschung und Epigenetik möchte ich mit euch einen wissenschaftlichen Ansatz teilen, wie der Geist in jedem Teil unseres Körpers existiert. Ein neues Bewusstsein, das eine innere Evolution erschaffen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017